Adam, ich bin für dich da. Du kannst immer zu mir kommen und mit mir reden. Adam, wo steckst du eigentlich? Ich ruf mich bitte zurück. Er hat Probleme, sowas spüre ich. Wir haben doch alle unsere kleinen Geheimnisse. Ich glaube, dass sie uns alle etwas verheimlichen. Manchmal ist es besser, gewisse Fragen nicht zu stellen. Ich will nur mein Kind gesund wiederhaben. Du kannst noch hoffen. Was soll ich denn noch machen, außer mich entschuldigen? Überlass das der Polizei. Siehst du hier irgendwo Polizei? Wir wollten doch nicht über ihn reden. Er ist auch ein Verdächtiger. In diesem Moment schwor ich mir, ihn immer zu beschützen. Es ist auch ein Verdächtiges. Es ist ein Verdächtiges. Es ist ein Verdächtiges. Skafe, es ist ein Verdächtiges. Und das ist ein Verdächtiges. Untertitelung des ZDF, 2020